Steffi, eine Studie hat jetzt ergeben, Penisse werden immer länger. Torsten, Torsten, also von all deinen April-Scherzen, ist das nun wirklich der Niveauloseste? Nein, nein, das stimmt. Wo wurde denn das erforscht? Auf U-Born? In Stanford. Ach, aber Torsten, sagen wir mal, wenn Penisse immer größer werden, dann müssten ja wissenschaftlich gesehen Autos immer kleiner werden.